Hallo und willkommen zu einem neuen Erfolgsguide zum Patch der Kopf der Schlange hier auf GateNews.de. In diesem Video geht es um den versteckten Erfolg Hungerbrunnen, den ihr am Seeuferbazar abschließen könnt. Zuerst müsst ihr aber in den Norden davon gehen, in die östlichen Jagdgründe. Da tretet ihr einen spezifischen Baum, der Honig fallen lässt. Normalerweise sind da vor allem Apfelbäume, wenn ich das richtig gesehen habe. Und dieser eine spezielle Baum gibt uns Honig und diesen Honig bringen wir zurück in die Stadt und dort hockt Blaine im Brunnen. Blaine habt ihr vielleicht noch nicht gesehen, aber gehört, denn er fragt die ganze Zeit nach etwas süßem Kleebrigen, das er zu essen bekommen könnte, denn er ist in den Brunnen gefallen. Daher auch der Name Hungerbrunnen. Und was passt da besser als ein bisschen Honig aus dem Gebiet im Norden? Und wenn ihr den abgeliefert habt, dann gibt es den Erfolg, drei Erfolgspunkte und das war es auch schon mit dem Video. Danke fürs Zuschauen, denn jetzt liken, denkt jetzt abonnieren.